ARD Text im Auftrag des ZDF Nööööö Zucker hat wieder ein neues Lied rausgebracht, ein neues Musikvideo Es ist wieder, angeblich, ich und Alwyn es haben nicht angehört Noch nicht angeschaut, wie immer Und angeblich soll es wieder richtig durchballern Ja und Alwyn ich würde mal sagen such mal das Lied hier raus Leute, bleibt schön dran, weil zum Schluss gibt es eine kleine Überraschung für euch. Oder wir sagen es jetzt gleich. Nein, lass es mal rein. Ja, okay, lass mal rein. Schaut einfach das Video ganz an. Ja, und dann am Ende sagen wir euch, es gibt eine kleine Verlosung, eine klitzekleine. Aber nur klein. Ja. Aber für den anderen vielleicht ist es eine große. Ja. So, los geht's. So, Leute, es geht los. A-Z! Fast läuft, Baby. Guck, ich regle das mit Sexpäckchen. Die Probleme einfach weg. Hab von allem was, fühl mich pudelwohl. Doch sie wollen uns ficken, jeder Staatsanwalt ein Hurensohn. Wie war geil, ich kann dazu nicht... Scheine in Farben wie bei Karneval. Ich sag es immer wieder, ein Hurensohn bleib Staatsanwalt. Vorausgesehen, wohin es am Ende führt. Statt ein Herzklopf in C, Junkies, Anzellen, Türen. Deine Zukunft, ein Lila will. Viel zu aufweint im Arm. Sag, wann wird's eskalieren? Wenn sie spät, sag ich mag. Mit zum Frühstück serv... Boah, ich hab so Gänsehaut gleich... Was ist das? Guck, 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 guck. Guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck. Guck, guck. Guck, guck, guck. Guck, guck. Guck. Rückenkras, ey, ist vakuumiert im Park, kehrt jeden Tag, denn ich schlau für die Kettenkarte. Kannst die jede Woche zählen, Dinger abkehlt jeden Tag, denn ich schlau für die Kettenkarte. Krass, krass, einfach wieder mal krass. AZ hat mal wieder natürlich rasiert. Na, Albin? Für mich einer der besten Rapper zur Zeit, aber was heißt zur Zeit? Ey, ist der beste Rapper für mich. Nicht wirklich, aber es gibt da noch ein bisschen Profis, aber ja, Hater, keine Ahnung, Hater, macht kein Auge, weißt, gönnt einfach, keine Ahnung, weißt. So, meine lieben Leute, und jetzt kommen wir zu der Verlosung, und zwar, meine lieben Leute, verlosen wir, Albin, bitte, sag du, ich kann einfach nicht. Ich kann einfach nicht, Bruder. Leute, wir verlosen, wir verlosen eine Fast-Line-Limited Edition, Alter. Limited Edition, was geht ab? Set dabei! Wenn ihr... Macht alle mit, Alter. Wenn ihr das verpasst, Leute, wir verlosen nur eine, aber einer kann gewinnen. Nur einer. Vielleicht kannst du es auch du werden, oder du, oder der hinter dir, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, aber es gibt eine Limited Edition Fast-Life Box zu gewinnen, meine lieben Leute. Und zwar kriegen wir die Box, die Box kommt am Release Tag zu uns, wir haben sie auch bestellt, natürlich, aber ich habe mit Albin ausgemacht, dass wir es euch schenken. Meine lieben Leute, wir schenken es euch. Ach ja, noch etwas, ach ja, ach ja, ach ja, so, äh, nebenbei, wenn der Gewinner aus Österreich ist, aus Österreich, Österreich, in der Nähe, 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 dann bringen wir die Fast-Life Box persönlich. Persönlich! 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 Oh Mann, das ist ein Drei Dumms, was ist los hier? Was ist denn los? Was ist los? Also wenn jemand aus Österreich gewinnen will, kommt persönlich, ja, gib es dir. Ja. Dafür 100 Likes auf meinen Nacken. Ja, und 100 auf meinen. Also 200 insgesamt. Genaueres dazu, äh, wird er wahrscheinlich zwei oder ein Tag früher alles Bescheid wissen, wie man das gewinnen kann, was man dafür machen muss und bla bla bla. Folgt uns auch auf Instagram, das sagen wir alles Bescheid. Ja, genau. Oh, einfach auf Albin oder Snapchat folgen oder bei mir. Alles in der Infobox verlinkt, Leute. Und, äh, ja, ähm, dann würde ich mal sagen, das war es auch schon mit dem Video, meine lieben Leute. Abonniert und nicht, abonnieren nicht vergessen. Abonnieren. Ist natürlich wieder, natürlich hier bei YouTube kostenlos. Und, äh, schreibt nur in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Ja, ihr könnt euch noch zum Beispiel, ihr könnt euch zum Beispiel, äh, Ja, und, äh, ja, 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 Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein und seid einfach live dabei, äh, bei der Fast Life Box, Limited Edition Box. Verpasst es einfach nicht, denn ihr könnt euch, äh, das gewinnen oder holen oder, oder klauen. Okay, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis! Mein Jauge.